Moin ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Beleidigungen. Sag mal, was hast du denn an? Ist dein Clowns Kostüm in der Reinigung? Deine Eltern wären die 5 Minuten besser spazieren gegangen. Hast du keinen Friseur, den du diesen Quatsch erzählen kannst? Hat dir einer die 0 gewählt, dass du dich meldest? Als Kind hat dir doch deine Mutter immer ein Kotelett umgehängt, damit wenigstens der Hund mit dir spielt. Du hast bestimmt einen Bruder, einer alleine kann doch gar nicht so blöd sein. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was. 7.5 7.5 9.6 10.6 10.8 10.5